Ich kann... Ah, Leder. Leder, natürlich. Die Frage ist... Ich habe nicht so viel Leder gerade hier. Ich habe Leder nicht genug. Ein bisschen. Machen wir das erstmal so. Wie viel Papier kann ich machen? Ach, das ist Rohrzucker. Wie mache ich Papier? Dachpapier. Ah, nee, war doch richtig im Kopf. So. Wieder Richtung Bücherregale. Noch 2,9. Nein, ist schon mal gut. Gut, dann stellen wir erstmal den Tisch auf und dann stellen wir die Bücherregale auf. So, zuerst einmal die Pfacke waren das hin. Die Pfacke kommt nämlich... Da hin. Fair. So, Zaubertisch. Jetzt, der Raum ist nicht symmetrisch, oder? Ist er nicht. Das nervt mich ein bisschen, aber ich kann damit leben. So. Lass mich mal die hier rumstellen. Bringt das was? Ja, es bringt anscheinend was. Okay. Oh, ja. Oh, ja. Okay. Ich brauche dafür was? Ich brauche dafür Lapis? Oh, toll. Ich meine, ich habe welche, aber ich habe es nicht dabei. Super. Okay. Dann lass mich mal Lapis holen, ne? Vorher mache ich das hier weg. Da. Rote Beet kann da rein. Klick, 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 klick. Klick, klick, klick. Und das war's. Schatzkarten, stimmt ja. Muss ich auch wegpacken hier. Und Federn. Schlafen gehen. Lapis ist oben. Habe ich ein bisschen was von? Nicht so viel, wie ich ihn hätte, aber ich habe ein bisschen was. Ich habe... Okay, never mind. Never mind. Ich habe unendlich viel davon. Ab in den Keller. Wee. Und ich kann auch gleich mal ein... Gold mitnehmen. Wo ich direkt zum... Typen gehen kann. Meine Goldschuhe. So. Kann ich gleich zwei nochmal machen. Brauche ich nicht. Ich bin schon unten, von daher... Warum nicht, ne? So, was haben wir denn so? Haltbarkeit. Haltbarkeit eins. Wieso? Effizienz drei. Ist das nochmal gleich, oder? Schutz. Anscheinend sind wir gleich. Bei jedem Ding gleich? Schärfe zwei. Schärfe... Klünderung eins. Hä? Haltbarkeit. 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 Eins ist nicht so viel. Die hält ja schon lange eigentlich. Ich glaube, Effizienz wäre gut. Oh boy. Das sieht creepy aus jetzt hier. Mit den ganzen... Kranken. Ich bereue ein wenig meine Entscheidung. Nur ein wenig. Hallo? Ist mein Freund noch hier? Bin noch da? Ja, ist er. Hi. Hier, guck mal für dich. Hallo? Hier noch mehr. Bitteschön. Was krieg ich dafür? Oh ja, die goldene Pfeile kann ich immer gebrauchen. Ich will da... Einde damit. Goldene Pfeile nehme ich immer. Die sind toll. Ja, Leder ist gut. Ich habe kein Leder. Also, wenn du mir Leder geben willst, nehme ich gerne. Und ich mir Regale bau. Äh, was das ist, weiß ich nicht mehr. Netter Ziegel. Stimmt das, mein Leder. Stimmt, ja. Sache, ich weiß nicht genau, wofür ich Gold sonst noch brauche. Deswegen nutze ich gerade dafür. Schwarzstein. Ja, nehme ich. Ich bin nicht abgeneigt, sagen wir mal so. Nicht abgeneigt. Ah, sowas will ich sehen. Ja. Wurftrank der Feuerresistenz. Das will ich sehen. Tränke. Für Magiesachen. Ja, gut. Seelensand ist jetzt auch... Ja, ist okay. Nämlich... Okay, die Uhr spielt ein bisschen verrückt hier. Die Uhr kann sie nicht entscheiden. Mal, 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 nochmal Ziegel. Guess. Ja, gut, warum nicht, ne? Krieg ich was dafür, oder nicht? Man scheint nicht... Anna? Ein Penner? Oh. Wein der Obsidian. Oh, ich liebe Wein der Obsidian. Der ist so schön. Ungelogen. Wenn ich davon genug hätte, würde ich davon locker. Locker. Würde ich da so easy von eine... Ein Stock abbauen. Oh, die kriegt man nicht so schnell. So, Sand. Da war ich eine Menge schon. Ich mag das. Das ist wie Loopboxen öffnen. Wo ist Glück? Ja, okay. So ist es gerade das... Motto des Tages, I guess. Ich mache natürlich bei 20 Spenden und dann geht es woanders wieder. Die gilt nämlich. Ich glaube, 20 sind die Idee. Ja. Nehmen wir 20 erst mal. Und Sehensand. Hey, krieg noch einen 60er Stick davon voll. Wer weiß. Vielleicht. Ich werde was cooles kriegen. Eine Feuerkugel? Okay, danke. Die ist neu. Ich mache, wie ihr sie anguckt. Gold. Und dann hier. Mehr Pfeile. Oh, ich liebe Spektalfeile. Gib mir mehr Spektalfeile. Spekt... Spekt... Spektralfeile. Jesus. Aber ich habe ein zu viel gemacht. Ah, bis 15. Bis 15. Ich meine, ungelogen Gold brauche ich für sonst doch nichts. Also, mir fällt es ein zumindest. Hallo. Was soll ich denn? Du hast Gold bekommen. Du blödes Viech, du. Du Monster. Danke. Kriegst noch einen. Wann ist das wert, hä? Oh. Enderperlen. Huh. Liegt man auch nicht alle Tage. Ja, Alter. 35. Ja. Das will ich doch sehen. Und? Dies. Okay. Das war's. Mehr will ich dir nicht geben gerade. Ich gebe mir doch kurz umkommen, was so ist. Ich höre ein Gast. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich höre ihn. Das sei ich nicht so unsichtbar. Das Problem ist ein bisschen. Ich habe meine... Oh, sehe nicht. Okay. Uh, da ist Gold. Ich gehe nochmal kurz hier um und gucke, ob ich hier mal irgendwas isst. Nicht wirklich. Ja. Ja. Ich meine, der ist einer der Goldene Wächte. Was gibst du mir, bist du besser, sein Kumpel? Geht. Nehmt so. Noch einer, ne? Nimm. Nimm und tausch mit mir. Du bist reich. Du siehst reich aus. Ich gebe mir was dafür. Ja, Leder. Nimm ich. Ciao. Ich will eigentlich nicht zu lange unten sein.